Ich hasse, es ist aufgekehrt. Oh, was ist? Kaffee. Ist die Echte. Und? Was ist drin? Schau, was sagt? Jetzt. Was schließt an, mein leibhaftiger Freund? Ich bin Wissler. Zu Ihren Kiezen. Und das war die. Gänst du? Schatz, meine... Gibt's Kommentare und Lack. Und? Schaut mal eine andere Parts an. Für Jokal Watch. Oder eine andere. Ja, stimmt. Das ist Vorbereitung. Das nächste. So, und tschüss. Nein. Alter. Das wird jetzt ein kurzes Video, oder vielleicht können wir noch was herzeihen. So ein bisschen Tipps. Warte. Ich gebe jetzt den Schäbanyern-Karten rein. Der andere hat hier schon ausgetestet. Jetzt zeige ich einmal den. Ich zeige dir, der sagt dasselbe. Jetzt zeige ich es euch. Willst du das wissen? Ah. Jetzt muss ich es einstecken. Ah. Weiter. So. Wir aufhören. Charmanter. Jetzt wird's interessanter. Wenn jetzt kommt Charmanter. Schipanien. Ich bin gerade beschäftigt. Da. Seht mal. Mal die Figuren. Okay. Zurück. Ach so. Libanien. Okay. Los geht's. Warte. Okay. Oh Gott. Was ist das einfach? Oh. Ich fliege so wieder die Karten hoch. Das war jetzt auch ein Schnitt von Zeitlupe, was ich gerade vorher gemacht habe mit Papa. Vielleicht war es Zeitlupe. Keine Ahnung. Okay. Das war's eigentlich. Jetzt ist ein guter Abschluss. Segen wir, wie wir die reinstecken. Und dann sind wir die Glatze. Ich habe nur den ersten Teil. Und habe den auch schon durch. Darf ich schnell ein Neuerzeit? Mhm. Ich mache auch mal ein Let's Raider-Fahrer. Okay, sagen wir? Irgendwann. Du. Fahrrad. Könnt ihr euch auch kaufen. Das war schon auf dem Nintendo drauf. Äh. Hier. Das sind meine Juckers. Auf lege 84. Kann man nicht schätzen. Das ist auf lege 85. Kann ich das so machen? Was? Der ist 42. Der ist 38. Der ist 85. Der ist 85. Und der legendäre. Hä? 38. Was? Das ist meine Medallion. Oh, das sage ich euch in einem Part. Okay? Nein. Möchte ich jetzt nur ohne meine Legendäre zu sein? What? Schogunian. 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 Wie gesagt? Was? Schogunian. Ultimative Kreissäge. Komasura. Nächster. Komasura. Und der letzte. Ne? Großartig. Mal schauen, welche legendäre eigentlich noch vor ist. Was ist denn die Passe? Ich habe eins. Zwei. Drei. Und für den Feminen man nur Megasus und Opier Castellum. Zwei. Zwei legendäre Feminen. Okay. Jetzt zeige ich euch mal, dass das schon drauf war. Ich habe auch andere Karten drin. Siehst du? Die kann man auch drauf. Das ist ja kein Wunsch. Und das war's. Ciao, ciao. Mit dem Spiel. Jetzt machen wir noch zu. Jetzt sehen wir noch alle Medallien, die es gibt. Und sich hier auch raus zu sein. So. Das hat die Geschichte. Na. Da. Oder sind wir zusammen. Nochmal. Nochmal. Warte, nix ins Licht. Jetzt so. Irgendwann wieder mal anboxen, kommen wir auch zu Weihnachten. Weihnachten. Zeigen wir mal, was wir drinnen haben. Und? Leute. Da ist es. Und so guter Leid. Wir werden mal anboxen machen, wo wir was auspocken. Verdammt. Wir werden anboxen machen können, wo ich den Feature Cube auspock. Nächstes Mal wollen wir was kaufen. Als Spielzeug packen wir es nicht aus, wenn es verpackt ist. Okay? Ja.